Ich habe in vielen Jahren mal die etwas mutige Anordnung getroffen von Goethe-Langen. 20 Gedichte auswendig, von Eichendorf 30, von Bernstein aber 40. Im Frühjahr dieses Jahres bei der erst ähnlichen gearteten Trauerfeier habe ich schon reduziert auf 30. Heute Abend gebe ich noch kleiner bei und mache für mich 20 geltend. Für Sie, die Sie nicht ganz so begabt sind, der Platz vielleicht bei 15. Die sollten Sie überkönnen. Ich wollte einen kleinen Auszug dieses lyrischen Werks von den ganz kleinen Formen bis zu den etwas größeren hier darbieten. Also das ist nur das Programm, kein Spielzettel. Von 2 Zeiler bis zu etwa 30 Zeiler. Der bekannteste 2 Zeiler, überhaupt der bekannteste Bernsteinscher überhaupt, möglicherweise des ganzen Jahrhunderts, ist der, den Sie alle kennen. Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Die Vorform wird auch zugelassen von Bernstein selber. Beim Entstehen gab es auch die Variante, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Das hat auch Sinn. Nicht zugelassen ist aber die Schlamperei, die größten Kritiker der Elche. Also bitte passen Sie auf die Schärfsten Kritiker der Elche. Das muss schon sein. Ein anderer 2 Zeiler, mir besonders einleuchtend, ist nicht ganz so bekannt. Und so einmalsam, praktisch, sauber und rein, so wie die Wäscheklammer, sollten alle sein.